Wenn ich zurückblicke, ist alles schwarz. Bald kenne ich jede Straße dieser Stadt auswendig. Dann werde ich sie alle brauche und runter, hin und zurück gewöhnen sein. Die Heimwege fremde Menschen, die Welt zu vermeiden, um es zu müssen. Nichts in mir kann sagen, dass Damen und Herren sind. Doch etwas muss es gewesen sein, bevor alles uns gelöst wird. Wenn ich es gefunden habe, werde ich ganz oben im Fenster stehen. Ich werde die Vertraute mir und die Sohn und mich erinnern. Die Sohn und so mein Herz hängt auf mich selbst. Es spielt keine Rolle mehr, was ich will, wenn ich komme. Ich will es auch. Sohn und nghĩ. Sohn und entspannen uns. Sohn Ich habe gehofft, dich hier zu finden. Warum bist du gekommen? Würdest du mir noch eins reinwürgen? Macht es dir Spaß, andere Menschen zu quälen? Und daran bist du wirklich gut. Ich weiß, ich habe dir wehgetan. Sehr weh sogar. Aber das tut mir leid. Julia, du musst mir glauben. Es ist alles ganz anders, als du denkst. Was ist anders? Ich verstehe das nicht. Was meinst du damit, Sebastian? Ich will nur, dass du weißt, dass du mir sehr, sehr wichtig bist. Ganz ehrlich, wirklich. Aber ich weiß auch nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll. Du bist Angst. Warum tust du das? Ich... Ich liebe dich. Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Macht es wirklich Spaß, mich zu quälen, ne? Lydia! Hör auf! Ich will dich nicht mehr sehen! Idiot! 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 kin... Das war kein Scheiße. Jetzt bitte! Bitte, ich sage auch jemandem was! Bitte jetzt! Nein! Nein! Jetzt! Oh! 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 Was ist das? Damit sie endlich aufhören, nach dir zu suchen, schreibst du jetzt einen Abschiedsbrief. Na, geht's dir gut? Immer wenn du bei mir bist. Schweißausbrüche, Übelkeit, Schwindel, nichts. Wie kommst du denn auf sowas? Mir geht's wirklich gut. Frag dich nur, wie lange noch. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Das überlasse ich lieber anderen, wenn dir schwarz vor Augen wird. Oder sich dein Kreislauf anfängt zu verabschieden. Was sollen diese komischen Andeutungen? Ich weiß zwar nicht, was du Lydia ins Glas gekippt hast. Ich weiß nur, dass sie es nicht getrunken hat. Sondern du genießt die Party. Ich kann dir das erklären. Ach, ja? Ja, ich, ich musste untertauchen. Von einem Krediteil. Auch was? Ja. Für jemanden, der die Wahrheit sagt, bist du ganz schön nervös. Sag mal, kapierst du nicht, dass du mich in Gefahr bringst? Was, wenn dir jemand gefolgt ist? Grafler Anstein. Sie haben nach mir Ruhe verlassen. Justus, ich brauche die Hilfe. Das darf ich allein. Aber sorgen Sie dafür, dass hier alles eingepackt und zwischengelagert wird. Mit Verlaub. Was meinen Sie mit alles? Alles, was hier so rumsteht? Sie verlassen Königsbrunn? Wieso hat man mich nicht früher informiert? Ich hätte doch... Justus, ich will nicht ausziehen. Ich will mich nur einrichten. Neue Farben, andere Möbel und so weiter. Ich verstehe. Also, bestellen Sie in den Architekten. Ordren Sie Farben und Stoffmuster. Und am besten alles so schnell wie möglich. Äh, haben Sie sich denn schon Gedanken um den Stil der Umgestaltung gemacht? Ah, Hauptsache es wird neu und völlig anders. Ja, sozusagen nicht wiederzahlen können. Justus, wir sagen es. Ich bin schwanger. Es heißt, der Weg ist das Ziel. Ob das reicht? Meinen ganzen Weg wirst du nie kennen. Aber meinen Namen. Und deinen. Den ich dir nur geben kann. Alles okay? Ich weiß es wieder. Manchmal braucht es nur ein großes Verschwinden. Und sie müssen. Begeben. Oder bleiben. Ach, das ist nur ein großes Verschwinden. Vielen Dank.